So, da das jetzt immer wieder funkt, da das jetzt wieder funkt, was? Hallihallo, herzlich willkommen, ich bin der Baume, wir wollen, ich hab da gerade noch was im Chat, kleinen Moment. Jetzt meckert der, weil ihm mein Badge nicht gefällt, obwohl der dafür mehr Geld bekommt. Ja, 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 Kiwi, Kiwi, das ist so, wenn du hier, wenn du hier, wenn du hier Coins und Bits, wenn du Bits cheerst und du jetzt ein Badge dafür kriegst, was hässlich aussieht, dann musst du leider mehr Bits cheeren, damit du ein anderes kriegst. So, also, ich mecker nicht, weil ich mehr Geld von dir kriege, sondern, weil es zu wenig ist. Bam. Wir starten jetzt The Walking Dead in New Frontier. Das hab ich mir heute ganz fest vorgenommen und ich hoffe, dass die Grafik nicht wieder verbuggt ist. Nein, ist sie nicht, nice. Was war das? Oh mein Gott! Ein Cheer Emote! Oh nein! Oh nein! Oh, Gott, nein! Nein! Nein, nicht noch eins! Oh mein Gott! Hat Chi! Ja! Ja! Chi-1, 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 Chi-1,U Warum liest sie dieishwertesten Bilder? Chi-1, 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 Eine Kette. D-E-R-1, Chi-1, 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 Chi-1. Chi-5 geht auch. Oh man! Nice! Wow! Läuft! Cheer 1! Danke Kiwi! Ja, also für die YouTuber, die das vielleicht nicht wissen, auf Twitch kann man ganz offensichtlich cheeren und das sieht dann so aus. Oh Gott, es geht weiter! Cheer 1, Cheer 2, Cheer 3, Cheer 4, Cheer 5, Cheer 6, Cheer 7, Cheer 8, Cheer 8, Cheer 8, Cheer 8, Cheer 8, Cheer 8, Cheer 8. Das erinnert mich an... Eat 8, Eat. Nah, tss? Eat 8, Eat! Ja... Und? Ja, und an? 8, Genau, und vor allem an... Eit. Oh Gott! Yesterday I ate a whole bunch of Kappa-Acht. Ach, irgendwas stimmt mit meinem Stream Deck nicht. Das kackt schon wieder nur rum. Krass, ich hab heute extra ein Update installiert. Das dauert so lange, bis es AID sagt. So, kurzer Neustart. Bringt es was? Nicht anfassen, startet gerade mal. Oh, The Walking Dead. Stimmt, The Walking Dead. Heute war ja was. Ich wollte ja, ich hatte ja noch was vor. So. Ah, jetzt ist das Stream Deck wieder an. Gut. Was ist denn hier los? Ruckelt das etwa? Sieht aus, als würde es ruckeln. Wieso ruckeln? Hä? Das ruckelt doch wohl hoffentlich nicht. Good motion made it. Bin nicht mal fertig mit dem Prey VOD. Stand mal, kannst du eine Pause einlegen? Wir machen erstmal was anderes. Wir machen, wir machen jetzt erstmal, wir machen, wir machen jetzt das hier. Was ist das? The Walking Dead, genau. Walking Dead New Frontier. Das Spiel ist schon viel länger raus als Prey, ja? Also hat das Priorität. Ne, jetzt ist die letzte Episode endlich veröffentlicht worden, deshalb habe ich heute Bock. So. Kuro hat einen Clip rausgehauen. Den muss ich mir später nochmal anschauen. Troll Rack... Troll... Was? Troll Rack Attack? Das heißt Troll Rack Attack? Sehr gut, Kuro. Das war auf jeden Fall eine Troll Attack. Danke, Kiwi, für die Cheers. So, haben wir das. Episodes. Ich hätte gern Episodes. So, meine Güte. Ich hoffe, das ruckelt nicht wirklich. Ne, das sieht... Hm. Hm. Ich gucke mir das mal an. Nicht, dass ich wieder irgendeine Scheiße... Ich habe extra alles. Keine Ahnung. Moin Berlin! Hi! Grüße. Baumilch, ich finde dein neues fleischfarbenes Kopftuch mega. Wie bekommt man sowas her? Das ist... Das ist ein... 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 Das ist... Äh... Warte. Ich habe hier hinten noch das Preisschild. Kannst du lesen, wo es herkommt? Steht drauf. Made in Germany ist es. Danke. Du Arschloch. Eine Betthupfer-Trollierung muss noch sein. Wie? 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 Wie, was heißt das? Du wolltest nur das Emote nochmal einbringen, oder? Ich wollte doch ins Bett gehen. Auf, auf ins Bett, Kiwi. Schlaf nix mit Chien. Was? Dein Abendessen ist verschimmelt. Berlin, meine Fresse. Wie lange hast du denn das Abendessen stehen lassen? Wie... Wie... Wann hast du... Wie lange hast du nix gegessen, Mann? Seit mal Woche steht er vor seinem Abendessen und traut sich nichts anzurühren. Und jetzt ist es verjammelt. Findet das eins nices Emote. Auf jeden Fall, Kiwi. Eins der besten. Und der Besturo Horst. Dankeschön. Und die YouTuber, die sich extra das Video angeguckt haben, weil sie denken, jetzt wird hier The Walking Dead gespielt. Die stehen da und denken sich... Aber gleich drückt er auf den Knopf. Oder gleich drückt er... Nee. Wir gehen jetzt nochmal zurück in die Option. So. Ich gucke nochmal kurz bei... Audio-Video rein. Äh... Helligkeit. Ist okay, ne? Ist okay. Aber weil ihr alle übelsten Noob-Monitore habt, mache ich mal ein bisschen lauter. Ich mache die Helligkeit mal ein bisschen lauter. So. Untertitel machen wir auch. So. Gameplay. Mach ich aus. Gameplay ist aus. Sehr gut. Steuerung. Aha. Man muss ja alles von dem Spiel mal zeigen. Auch als Let's Player. Was ist denn Content? Habe ich nicht. Gut. Sehr gut. Grafik vielleicht. Hatten wir schon, ne? Okay. Vollbild ist an. Anti-Aliasing ist an. Renderqualität ist an. Ich gucke nochmal bei Audio rein. Ich glaube, Musik kann ein bisschen leiser. Die finde ich gerade sehr laut. Sehr bedrückend laut. Ja. Ja. Episoden können wir mal reingucken. Da waren wir auch noch nicht. Aber dafür hat der Baum jetzt übelst viel Geld gekriegt. Ja. Übelst viel Geld. Übelst. Das waren bestimmt zwei Euro. Ich muss nachzählen. Vielleicht waren es auch drei. Vielleicht waren es auch drei. Nein. Dann kriege ich noch sieben. So. Wisst ihr was? Ich mache es einfach. Ich drücke jetzt auf den Knopf. Ich drücke jetzt auf den Knopf und es wird sofort losgehen. Pass auf. Es geht sofort los? Okay. Sonst fragt es einen doch immer, willst du irgendwelche Spielstände importieren, weil du ein nicer Dude bist? Und du schon alle anderen Vorgängerspiele gezockt und noch auf deinem Rechner installiert hast? Vielleicht. Vielleicht willst du da ja was importieren? Nein? Wird nichts importiert? Es wird nichts importiert. Es wird nichts importiert. Hey. Hey. Es ist Zeit. Geh hier. Ja, ich geh. Okay. Jetzt, äh, ich werde anfangen. Jetzt, Javi, musst du schnell aufreißen. Ich bin nicht aufregend. Okay? Ich bin nur... Du warst hier, wenn dein Vater krank war. Okay? Ich verstehe. Aber du musst hier wirklich sein, wenn er geht. Ich weiß. Ich bin jetzt auf meiner Weg. Das ist ein Läge. Das ist ein Läge. Das ist ein Läge. Das ist ein Läge. David. Was ist David? Hey. Oh. Oh. Ich bin doch jetzt hier. Das klingt sehr nach Eifersucht, mein Freund. Warum kämpfst du? Ich kann dich von innen hören. Was ist passiert? Wir waren nur, äh, darüber gesprochen, Gabriel. Genau. Dein Vater und ich haben nur ein kleines Chat. Psst. Psst. Geh innen, Miho. Wir sind in eine Minute. Schnauze! Geh weiter. Es ist okay. Innen. Weil er ein guter Vater ist und du bist ein dummer Junge und lässt es geschehen. Weißt du was? Nach der Ansage, fick dich einfach. Fick dich. Mir zweimal in die Fresse hauen und mir dann hochhelfen, weißt du? Fick dich. Ich sollte jemanden kenne. Das Körper holen. Ja. Ähm... Seriously, warum hat er es nicht getrunken? Ich meine, okay, das Gesicht, aber das ist jetzt kein Grund, nur weil man ein Auer im Gesicht hat, das Bier warm zu machen. Das ist wirklich nicht nett. Das macht man nicht. So, und Mati grüßt dich. Schönen guten Tag, Hallöchen. So. Weißt du, ich spiele das Spiel jetzt mal so, wie es mir das impliziert, weil du sagst mir, dass der ein Arschloch ist. Ich hab nichts gemacht. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Er hat immer versucht, Papa zu gefallen und dann Todesbett, hat er ihn immer noch nicht beachtet. Wir haben mehr, als ich noch hätte. Aber vielleicht kann etwas Gutes aus dem All das rauskommen. Wir brauchen dich hier. Es ist Zeit, zu wachsen. Du kannst nicht von diesem zu gehen. Nicht mehr. Ach ja, die Fresse und da sind labern. Das war doch Quatsch. Es ist Zeit, um ein paar Responsibility zu nehmen. Aha. Responsibility heißt, deinen Bruder zu verprügeln, wenn er versucht, seinen toten Vater zu besuchen. Ich bin so sorry, Javi. Ich bin so sorry. Danke. Lass uns rein. Deine Mutter braucht dich. Was ist passiert? Komm. Lass uns rein gehen, bitte. Alter, wie sehe ich denn aus? Was ist denn das für eine Figur? Der sieht halt auch aus, als ob man neben einer hauen müsste. Sorry. Sieht aus wie so ein College High School Boy, der jetzt nicht geschafft hat und jetzt KFZ-Mechatroniker ist. Irgendwie. Äh. Es ist weird. Und, und, und was ist denn hier los? Gibt's jetzt schon die Zombies, oder was? Wird... Wird... Turnt sich der Dad jetzt? Frisst der jetzt alle auf, oder wie? Wirst du... Mama. Ja. Wo warst du? Alter. Das ist heute die Schellen-Train. Ich habe versucht. Ich habe versucht. Ich bin so sorry. Er ist weg, mein Kind. Er ist weg. Er ist weg. Er ist in einem besseren Platz, Mama. Er ist in einem besseren Platz. Was? Die sind voll leise, oder? Oder ist der Biergarten da hinten zu laut? Kann ich hier nicht lauter machen? Oh. Oh. Hallo. Ah, so ist gut. So ist gut. Ja. Ja. Uh. Hört ihr das? Hört ihr die Leute? Da sind... Oder ist das zu laut? Ist das zu laut? Ist das zu laut? Berlin, danke für dein Hörstchen. Ach, die weiß es noch gar nicht. Holy shit! Holy shit! Jetzt wird's The Walking Dead. Sehr nice. Ach, schön. Also eigentlich, äh, äh... Das ist genau der Punkt, weißt du? Man kennt die Serie schon so lange. Man freut sich drüber, wenn Leute sich föhren. Das ist nicht gut. Wir sollten eigentlich jetzt sehr, sehr traurig sein, weil die Kleine wird gleich gegasen. Ja, Thoros, ich bin noch ganz am Anfang. Wir haben gerade angefangen. Ich würde gerne das Fenster zumachen, dass man die Leute von draußen nicht hört, aber... meine Schweißdrüsen verbieten mir das. Ja. 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 Wir müssen doch... Ja. Wir müssen doch... Wir müssen doch... Ja. Ja. Ja, ich bin mir. Ich bin David. Du bist in deinem Haus. Ja. What are you doing? She's crazy. She attacked him, Hector! She's only confused. Mama! Oh, my God! Oh, my God! It's okay. It's okay. You're gonna be okay. You'll be okay, Mama. Help him! David! I'm sorry, Papa! We need to go. We need to get her to the hospital. Let me look at her, let me look at her. Gabriel, where's your sister? Keys! Where the fuck are the keys? Take dad's car. Keys are on the dash. Mama, get the kids. Meet at the hospital. Don't take the highway. It's blocked. An wen erinnert der mich nur? I'll bring the van around. Where's Mari? I don't know. Miha. Mariana! Mariana, we have to go. Yaya's hurt. Go on, honey. We have to go. Oh, no, no! Oh, my God. No! 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 It's okay, baby. It's okay. County General Hospital. I know the way. Was ins Krankenhaus? Ihr wollt ins Krankenhaus? Schnallt euch doch mal an! Was... Wer bist du überhaupt? Ich muss sagen, es ist diesen drei, finde ich, noch besser, als es sind. in der Season 1. Ich fand den Einstieg gut. Oh, ho, ho, ho. Und... Oh, now we're talking. Okay. Super Intro bis jetzt. Super Intro. Gefällt mir gut. Auch gleich mit dieser Herangehensweise. Was ist los? So, bitte... Also... Ich glaube, ich habe so viele gesehen. Es ist definitiv großartig. Ja... Der Bart steht ihm richtig gut. Der Bart steht ihm richtig gut. Der Bart ist großartig, Digga. Verdammt, ich habe meine Wasserbottel verlassen. Sie hat gerade da gelandet. Nur unter vier Stunden. Komm schon. Wir sollten weitergehen, während die Kinder schlafen. Ja... Seine Stimme ist jetzt auch anders. Kann das sein? Ja... 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 Es sieht aus, dass die Hürde ein bisschen steigt. Ich dachte, es war in den Südwesten, aber ich bin noch nicht sicher. Every time, ich denke, wir sollten nur ein paar Mal schlafen und warten, um es zu passen, ich kann nicht schlafen, dass wir uns in der Mitte kommen. Es bleibt einfach. Es ist lang, aber das fast macht es schlimmer. Es macht es fühlen, dass wir in Kontrolle sind. Immer in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Ich glaube, es wird nicht so gut. Ja, vielleicht ist das sicher. Der Venn ist nicht so schlecht. Wir werden es herausfinden. Wir haben immer wieder. Immer in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Hey! Ich werde ein Kälte fangen. Ich glaube, du hast eine Weed. Sind du wunderschön? Die Leute waren wahrscheinlich überwundern, bevor sie darüber herausfand, dass sie bemerken brauchen. Komm, jetzt ist die fucking Zombie-Apokalypse, da wird doch wohl keiner sagen, alter weh, du raufst jetzt einen. Ich fahre gerade Auto, aber Ach, weißt du, ist die Apokalypse, scheiß drauf. Ja, okay, sicher. Wir haben gerade quasi drei Fußballstadien voll Zombies gesehen. Und es ist jetzt nicht so, dass hier viel Verkehr auf der Straße wäre. Oh, wenn ich herausgefunden habe, dass David Kinder hat, habe ich ihm gesagt, dass ich nicht veränderne, wer ich rund um sie bin. Und wenn er propost, ich erinnere ihn, dass ich nicht genau Stepmother-Material bin. Case in point. Er war reaffirrend, aber ich konnte sagen, er war Angst. Ich wusste, er versucht, mich zu verändern. Ich wusste, dass ich mit den Kindern mehr veränderne hätte, dass ich mich veränderne hätte. Ich glaube, es hat das gemacht. Wenn es hilft, ich glaube, dass du ein guter Job machst. Ja, es würde wirklich helfen, wenn du nicht einen Freund mitgebracht hast, während du gesagt hast. Was? Wie ist das nicht ein Ringing endorsement? Ich habe immer gesagt, dass alle die Mütter, die immer weitergehen, um ihre Kinder zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern. Oh. Gabe ist mir zu beginnen, dass sie ein Punkt hatten. Der Mütter ist einfach... Ich weiß, was ich nicht. Einige Tage, ich will ihn einfach auf dem Weg gehen. Ich bin schockiert. ja so sagt man doch immer so oder hormones oh yeah the second you start getting boners the whole world starts to get dark what are you talking about it sounds delightful compared to dealing with bloody underwear christ i need to get laid oh god i realized that was an awkward transition sorry about that sorry aber das war ganz ganz schlechter spruch von ihm gerade kurz anhalten dauert nur eine minute ich sehe gerade was im chat der loki ist schon ganz gierig darauf den nächsten jumpscare hier rein zu ballern finde ich nicht gut finde ich nicht gut ich mache die jetzt mal aus kleinen moment oh gott sind die leute laut im hintergrund das ist das richtige passwort jetzt muss ich noch alle straßenschilder auf dem bild anklicken an nein und noch ein bild so login falsches passwort so jetzt aber weil ich habe keinen bock dass die dann hier so viel quatschen wie gerade eben und dann kommt irgendwie ein jumpscare dazwischen gesprungen und ich gucke wieder wer das war und lasse mich ablenken und dann checke ich wieder nicht worum es geht das hat mir so ein bisschen das batman lp versaut dass ich zu viel von dem gelaber vercheckt habe so ist aus jumpscare sind aus leute ist da bei euch im biergarten vorm haus ja direkt direkt gegenüber vom fenster also ich könnte mit dem langen stock rüber lang und mir eins klauen warum das kannst du mir nicht antun macht die leute im biergarten bitte auch aus baume aber ich will die luft ich will die luft haben ich kann es ja mal probieren moment so wenn es mir zu warm wird müssen wir leider wieder die biergarten leute anmachen das tut mir leid so wir probieren es mal ja okay okay auf die plätze fertig weiter ich hab gefurzt schlaf weiter hey mariana oh gott wie er redet hashtag super vorbild yay aber wir sind ja nicht ihre leiblichen Also dürfen wir das. Nice. Nein, so gute Vorbilder können ihre Eltern ja nicht gewesen sein, sonst würden sie noch liegen, ne? Meine beste Vorbildfunktion ist immer noch, ich hab's geschafft zu überleben. Ich find, besser kann's gar nicht sein. In dieser Zeit, ja? Es ist ja jetzt nicht so, dass sie sich dadurch ihr Abi versauen, wenn sie jetzt mit Kiffen anfangen. Berlin muss morgen in der Berufsschule schwimmen? Denn nicht kiffen beim Schwimmen, Berlin. Solange du noch Berufsschule hast und dort schwimmen musst, nicht kiffen, ja? Das Wasser ist nicht gut für die Tüte. Fausa, gute Nacht. Halb vier, Alter. Das geht. Ähm. Oh. Aber nicht zu schwer. Alles, was schwer ist, verbraucht Benzin. Ja, und am allerwichtigsten nicht killen lassen. Danke. Oh, das ist aber meine Crowbar. Was machst du mit der? Oh, das ist voll aus dem Bild. Und... Home Run! Pretty easy. Cool. Hey, woher gehst du? Okay, das ist cool. Hab Spaß. Oh, Jesus. It never ends with him. I hate when they fight like that. I really hate it. It's like... All Gabe wants to do is argue. Doesn't matter what it's about. Hey. I know, that's what families do. They fight. They make up. And they fight all over again. At least you have your headphones. Yeah, but... The batteries have been dead for a couple of weeks. Ha, die hat die trotzdem auch. I'm mostly wearing them to fool you guys. Mhm, das kennt man ja. It's easier to stay out of it that way. Ah ja, komm. Ha, you... You sneaky little... That's smart. That's pretty smart. Ich wollte nur sagen, hey, komm, das ist clever. Und er fängt hier übelst an, sich einzuschleimen. Das geht gar nicht. Find some dinner. In a junkyard. You never know. These past four years people have been hoarding all kinds of shit in all kinds of places. Oh, and Mari? If there's any trouble, you find one of these cars. Yeah? Lock yourself in and don't come out. Not even once it's quiet. And wait as long as you can. Okay. Good girl. Na ja, und guck, ob nicht vielleicht noch ein Zombie in dem Auto liegt. Das wäre nämlich eine ziemliche Fade. Ich gehe mal jetzt einfach von aus. Ich meine, es sind zwar Kinder, aber ich meine, wir haben vorher mit Clem gespielt. Und Clem war ziemlich tough. Und ich denke mal, wenn die hier schon genauso lange in dieser Zombie-Welt leben wie Clem, dass man so einen Jugendlichen wie den auch mal alleine losziehen lassen kann. Ähm, der wird sich schon gegen Zombies zur Wehr setzen können, oder? Ich meine, ich gucke mir gerade so, wenn ich so an die letzte und vorletzte Staffel The Walking Dead im Fernsehen denke mit Carl. Carl ist auch irgendwann einfach losmarschiert. Ich meine, der war der kaltblütigste und krasseste von allen letzten Endes. Da waren die Erwachsenen eher so, oh Gott, nein, da ist ja noch so ein Ekel-Zombie. Und Carl einfach so, pfff, pff, 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 pff. Der hat das zum Spaß gemacht. Also ich vertraue dem jetzt mal einfach, dass der da hinten rumrennt. Ich kenne natürlich die Vorgeschichte der Leute hier nicht. Gott, wie weit können wir denn mit dem Quatsch nicht? Ich wollte gerade irgendwie zu ihr hingehen, um mit ihr zu reden, aber das müssen wir anscheinend gar nicht. Und es ist unmöglich, diese Stufe hier hochzulaufen, weil wir so schwere Beine haben. Wir haben ja noch nichts gegessen und so. Kollerkacke, grüß dich. Ja, ich glaube, du bist jetzt ein bisschen zu alt für Kranz. Ich glaube, so. Last night I was thinking about this stupid story my mom used to tell me all the time before bed. I used to hate it, but... But then I realized I don't remember the ending. It was this goofy ending she thought was so funny and I thought was so dumb. I want to write down everything I can remember about everything. Because if I forget and they're all gone, I'm kind of gone too. At least a little bit. I just think that might be kind of important. Maybe. We came here for supplies. That's it. Come on, kiddo. You know the drill by now. Okay. In a minute. Ja, Zucker, Brot und Pei. Net und freundlich, aber auch aufs Wesentliche konzentrieren. Ich find das cool. Ich find das ganz cool gemacht. Ich meine, das sind so Sachen, die man auch selber vergisst. Ich meine, für jemanden in dem Alter sind halt ganz andere Sachen wichtig als für uns hier. Ich meine, wir können auf ziemlich alles verzichten. Hauptsache wir finden Benzin, wir finden Ersatzreifen und wir finden unbedingt noch eine Packung Kondome. Aber sie will halt gerne einen Kugelschreiber haben. Und für sie ist er halt auch wichtig. Wie sie sagt, sie möchte halt eben, keine Ahnung, ein Tagebuch führen, um was zu hinterlassen in dieser Welt. Und das ist wichtig. Keine Wichtigkeit. Keine Wichtigkeit. Es ist halt auch wichtig, dass die Leute ihren eigenen Freiraum haben. Du kannst, du kannst nicht, egal ob jung oder alt, die Leute dazu drillen, jetzt hier nur noch Vorräte zu sammeln. Wenn, wenn sie für sich persönlich halt auch aufräumen müssen, um mit dieser ganzen Situation klar zu kommen, indem sie halt irgendwie Tagebuch führen oder so einen Scheiß. Stupsen. Wir können die Matratze stupsen. Oh, das ist gross. Yummy. Stups sie an. Stups. Stups die Matratze an. Okay. Jetzt bin ich sorry, dass ich das gemacht habe. Warum hast du es dann gemacht? Ich dachte, er räumt die weg oder so. Huch, was war denn da gerade? Hier war gerade was. Oder war das mein Cursor? Das war mein eigener Cursor. Okay, cool. Hast du nichts gefunden? Ich kann nicht mehr über diese Hände denken. Wir sind in den Kaffee und das ist es. Peace, Arschluss. Du kannst nicht deinen Weg aus dem Weg aus dem Weg. Und wir sind in Sekunden weg. Hey, don't think about that. Wir sind aufmerksam, wir sind smart. Wir bleiben vor dem Weg. Luck runs out, nur so schnell wie Gas. There's gonna be a last one, you know? A last tank of Gas. Last piece of food. What if this place is empty? And the next? And the next? We're not gonna let that happen. Okay? Okay. I let it have it's five minutes. I'm good. Pseudo-Rebell. I wouldn't have minded having one of these back in the day. Back in the days. Absaugen. Oh. Ach so, das mit Absaugen gemeint. Come to Papa. Das ist clever. Ey. Der Gastank ist gerade dies vor. Kaum etwas. Ich muss noch mehr finden. Ja, ja, das kriegen wir schon ein. Aber es würde awesome aussehen, oder? Monster Truck Rennen. Was ist mit dir? Arbeitsverweigerung? Ich meine ehrlich, der hockt die ganze Zeit mit uns zusammen. Der will vielleicht auch einfach mal seine Ruhe haben. Und für sich sein. Und mal... Ich quatsch mal mit ihm. Komm, du willst deine Ruhe. Ich bin da, Junge. Ich bin in eine Schmerzung, okay? Ich wollte es gehen, aber... du nicht. Ich wünsche mir einfach, dass wir nicht immer auf der Straße sind. Ich liebe dich mit anderen Leuten. Ich bin... Wir haben ja noch nicht mal Leute getroffen. Du willst gerne mit irgendwelchen Leuten abhängen. Aber von mir aus gerne. Ich auch. Wenn wir welche finden würden. Ich weiß ja nicht, wie lange die jetzt hier schon unterwegs sind. Wen die alles schon getroffen haben. Ich meine, viele Leute sind halt auch Arschlöcher. Unterwegs zu sein ist vielleicht doch das Beste. Gerade wenn man jetzt andere Trüppchen trifft. Das ist so ein bisschen, als ob man in der achten Klasse dann in die Schule kommt. Also, also die Schule wechselt. Und in der achten Klasse dazukommt. Die ganzen Klicken haben sich schon gebildet. Dann hassen einen erstmal alle aus Prinzip. Also, sich jetzt zu diesem fortgeschrittenen Stündchen der Zombie-Invasion einer Truppe anschließen zu wollen. Da muss man echt Glück haben. Das war nur zweimal. Bei dem anderen haben wir viermal gepumpt. Und es kam nicht halb so viel raus. Sind wir fertig? Ich will noch mehr finden. Wir brauchen einen Stift. Und wir brauchen eine neue Kassette für unseren Pseudotini. Ist er noch da? Er ist noch da. Okay. Ich meine, vielleicht können wir ihm, keine Ahnung, eine Nerf-Gun schenken oder so. Wo ist das Mädel? Die sucht noch den Stift, ne? Ich gucke mal noch eine Weile weiter. Hochklettern? Ich hätte gedacht, mitnehmen. Aber hochklettern ist auch nicht schlecht. Es sieht aus, dass es mehr zu sehen gibt. Hier klar hochklettern, Überblick verschaffen. Wer weiß, was hier los ist. Hat er Glück? Einiges. Aber nicht genug. Gabe? Hey, Gabe. Lass uns einen Blick auf den Weg nehmen. Gabe? Bleib nahe zu Javi. Verstanden? Okay. Hey, schau. Da ist eine, die sie nie in Pseudotin getroffen haben. Gut, Katch. Okay, erst mal, erst mal das Benzin Okay, können wir das aufbrechen? Nee, warte, dann geht vielleicht die Alarmanlage an Äh, oder? Geht bei einem Tankdeckel die Alarmanlage an? Bei einem Krankenwagen? Hat ein Krankenwagen überhaupt eine? America! Absaugen! Schwester! Absaugen! Yeah! Bestes Minigame so far! Holy shit! Oh mein Gott, wir brauchen mehr Kanisse! Ja, dann mach halt weiter! Was, wie? Ey, das braucht eine Weile, deshalb höre ich jetzt auf! Oder läuft das jetzt von alleine? Ach so, wir haben einmal Luft angesaucht und jetzt läuft es von alleine? Erst mal gucken! Locked? Oh, well. At least hat es ein bisschen Gas. Ich denke mal, die Batterie ist eh tot, also wenn da noch eine Alarmanlage angeht, Respekt, was flackert denn da hinten? Das sieht ja seltsam aus. Kommt doch bestimmt gleich unten durchsaußen, mir strippiges Sprünge und will in seine Füße kauen! Sieht ziemlich überprüft. Überprüft? Was ist denn das für ein Ausdruck? Egal. Was für eine coole Gegend ist das hier mit den Containern und so. Hier kommt man sich voll die geile... Sowas wie quasi Kissenburg in The Walking Dead Style mit Cargo-Containern. Oh Gott, nein! Das ist der Hausmeister! Mach'n kalt! Ah ne, der ist schon kalt! Hm, sieht aus, wie es von da kam. Gabe, bleib' nahe. Hat Gabe überhaupt ne Waffe? Könnt ihr den mal... Der hat ne Pistole, ja, ui, toll. Ich hoffe, die hat nen Schalldämpfer. Die haben doch nie Schalldämpfer in dieser Welt. Gib dem was Gutes, nen Basie oder so. Oh, oder solche, 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 wo du so drückst und dann kommt so ne Faust rausgeflogen. Das wär geil. Da mit Zomb... So ne Faust, die dann aber nen Schlagring hat. Da mit Zombies prügeln. Das wär der Shit, man. Eine Fernkampf-Schlagring-Faust. Eine... Schlaust. Ich denke aber, gleich bricht er ein. Vesturo! Hi! Ich hab'n Bob ausgemacht. Ich hab'n Bob ausgemacht. Ich will mich mehr aufs Spiel konzentrieren diesmal. Bei anderen Games ist es okay, aber diesmal nicht. Sieht ziemlich weg. Äh, kann ich ja auch noch mal gucken. Ich kann mich noch mal dran rütteln. Rüttel, rüttel, rüttel. Okay. Warum hat's denn keine Spielstände? Das ist voll schade, man. Ist da was drin? Was ist mit dem Auto? Ah, den Krankenwagen haben sie in Ruhe gelassen? Das ist komisch. Vielleicht haben sie ja was anderes reingefüllt, um's da drin zu verstecken. Ich hab' Bock, was zu trinken. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Viech raus. Okay. Dude, kommst mit? Wie heißt du nochmal? Gabriel... Ne, wie war das? Gabronen... Ne, du hast einen ganz komischen Namen. Kann ich mich frei bewegen? Ne. Nicht wirklich. Dass man immer unter diese Häuser krabbeln kann, das ist so komisch. Warum baut man das denn so? Das ist doch unheimlich. Stell... Du müsstest jederzeit befürchten, dass irgendwer unter deinem Haus schläft. Das ist doch seltsam. Komm, check this out. Und vor allen Dingen, warum baut man da eine Luke ein, durch die man einfach rein kann? Das ist so komisch. Nicht das cleanste Ort. Ja, wie deine Unterhose. Sag dem Jungen bitte nicht ständig, dass er vorsichtig sein soll. Ich wette, genau das ist es, was ihm übelst auf die Eier geht. Ich kann das nämlich auch nicht ab. Wenn mir alle fünf Meter jemand sagt, Oh, Alter, pass bloß auf, Alter, pass auf, es könnten Zombies hier sein. Ja, no shit. Hm. Sieht ganz schön ranzig aus. Okay, wir sind da definitiv. Schön, schön, dass du so indischer Meinung bist. Das ist ein Stolperdrat. Das ist ein Stolperdrat. Was ist das für ein schwarzer Strich da? Er ist weg. Oh, hi. Cool. Familientreffen. Was ist das für ein schwarzer Strich? Check it out. This is actual honest to God pudding. Seriously? And it's not just food. There's a mattress. There's blankets. Someone else's mattress. Someone else's blankets. We need to just take our gas and get on the road. Ja. This place is kind of a dump. I mean, literally. And you forgot to mention super freaking weird. It's a lot of food to leave in a place like this. Come on, one night. We bunk down. Eat a real meal. It would be nice not to sleep in the van for a change. Please. The hurt is coming, if it's not here already. We should go and get ahead of it. Before it's too late. The fence is reinforced. We'll be fine. We found this. Why can't we just enjoy it? Pavi? Fuck. We could stretch out. Sleep well for once. Come on. You know, it's not a big deal. We can protect ourselves. Yeah, for the whole herd would it not be enough. But I think one night can you feel so much better after some real sleep. We deserve a little break from the van. Yes. Kids. Go wild. Just stay indoors and keep your ears open. Just in case. Cool. You can have your own. Oh yeah, come buh-hu. I mean, just as a principle, to push the whole time forward. I don't know how I always end up being the mean stepmom and you get to be the cool uncle. We should be able to switch roles now and then. Keep the kids off balance. Look, it's just a nice break. We get to spend the night with four walls instead of four wheels. And I think we deserve that. Whatever. It's fine. Grab some gas. We're out of here in a few hours. Hey, uh, wait. But you... What's that then? You're the cool one, remember? She'd expect it from you. What the fuck do you think you're doing with our gas? Yeah, Leute. Lasst euren Posten nicht unbewahrt. Speak up! Yeah. I'm sorry, man. Look, it's just a can. We needed it really bad. I fucking knew it. There's more than just you out here. You ain't the loner type. I can tell. I know you got people. They're out scouting around. But they'll be back soon. They're not gonna be too happy if they see you pointing a piece at me. Yeah, probably not. Then again, maybe they're already here. Waiting to make an ambush. Ban out and look for the others. Lonnie, you're with me. Hey, you assholes in there. I got your boy. You don't want to get shot. You best come out there careful with your hands up. Go on. You first. You get ambushed by your own people. That shit's gonna make my day. Open it real slowly. Okay. Don't fuck around with me, boy. Hey, no, eine andere Option. I'll shoot the everloving shit. Oh, okay, okay. Ich mach ja schon. Ich mach ja schon. Ich mach ja schon. Wo sind die hin? Oh, okay. Die sind gut. Und die wissen nicht, dass die so eine Luke haben, ehrlich. Wieso ist denn die Tür jetzt einfach aufgegangen eigentlich? Ich mach ja schon. But I got this sneaky fuckin' feeling. Oh. Then you're full of shit. I'm glad I'm not sick. I ain't gonna let it be like the last time some assholes rolled on us. Keep an eye on this dickhead. I'm gonna grab some cuffs. You got it. Just chill, okay? No need to make this any harder. Look, just let me go, okay? Please. Alter, ihr wohnt hier. Warum wisst ihr das nicht? If you know something, you better spill it. You don't want me find it out for myself. Hey, if you're so curious, open it and find out. Oh, really? Go ahead. Do it. Fuck it. Fuck. 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 Wird es wirklich ein Kampf jetzt? Fuck. Wir haben noch keine Chance gegen die. Warum lässt er die jetzt fallen? Okay. Okay. Hey, meine Familie, wo sind sie? Wie sieht's gut denn aus? Der sieht aus wie ein Murloc, der sich in Menschen verwandelt hat. Komm schon, red mit mir, Junge. Ich hab ihm ins Gesicht gehauen. Und ich werde mich angregen. Da muss ich ein Weg sein, dass wir das alles ausprobieren können. Du wißt du, ein Deal oder was? Das ist mein Geheimnis, okay? Du solltest dich glücklich sein, dass es nicht so ist. Bitte, einfach... Stop, okay? Du hast mich nicht geholfen, kid. Keine Worte oder Gott helpt mir. Ich werde dich zu spüren selbst. Alter, was ist das für eine Karre um Himmels Willen? Wie cool. Könnt ihr euch nicht anschnallen? Was ist immer falsch mit Leuten, dass sie sich nicht anschnallen? Warum sollte ich ihn denn jetzt erschießen, Alter? Warum? Er hat mir nichts getan. Er hat sich selber was getan. Er ist gefahren wie ein Idiot. Wo kommst du denn jetzt her? Ja. All right. Das ist gut. Nur weiter nach vorne. Oh! 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 Oh, von dir darf ich mich gerne erschießen. Okay. Jetzt mach nichts dumm. Weil ich nicht so nett als du. Ich werde nicht behalten. Du bist ein Kind. Wie die Leute halt immer nicht drauf klarkommen. Oh, warte. Warte, hast du das gemacht? Mit dem Baum? Ich versuchte den Auto stoppen. Oh, verdammt. Oh! Pretty obvious, hm? Ich mag das. Ich versuchte ihn zurück. Jetzt! Bleib deine Augen zu öffnen und zähle bis zu 100, bevor du gehst. Warte, nur... Meine Familie. Ich muss sie zurückkommen. Wir wurden attackiert und ich... Ich muss nur wissen, wo ich bin. Alter, nein. Das ist alles, was wir haben. Das ist alles. Ich muss sie zurückkommen. Ich weiß, wo das ist. Du sagst, dass du stehst? In unserer Van. Ja. Ich ziehe dich in der Van. Wenn du mir deine Van haben möchtest. Wenn du mir deine Van haben möchtest... Wenn ich dich dort in einem Stück, dann gehe ich weg. Alter, nein. Das Van ist unser Haus. Das ist alles, was wir haben. Das klingt wie ein Nein. Wie solltest du mir nur die Direktionen geben, wie eine normale Person? Wie solltest du dich schrauben und den Van nehmen? Das ist ein besseres Problem für dich. Los geht's. Wie wär's? Wir fahren mit dem Van und du fährst mit uns mit? Ist das wirklich notwendig? Ich weiß nicht, ich vertraue dich nicht. Und ich nehme keine Chance. Also es ist sicherer für uns beide, wenn du gebrochen bist. Ich habe dich so lange nicht mehr gesehen, Clem. Ich habe dich so lange nicht mehr gesehen, Clem. Ah, wie abgeklärt und abgebrüht sie ist. Ah, wir haben einen guten Job gemacht mit ihr. Es gefällt mir. Ich bin ein bisschen stolz auf sie. Ich komme mir so ein bisschen vor wie ein Daddy, der gerade sein Kind da alleine... Leute entführen lässt. Ah, das ist so schön. Das ist so gut. Du bist gut손. Schau, du willst nicht zu sprechen? Mais wie solltest du mir die Feuer bekommen, bis ich mich zu retten konnte? Für mich weiß nicht, du solltest du es auf mich verwenden. Wie schnell sind die denn? Ich meine, wir sind mit dem Auto vor denen weggefahren, für ein paar Stunden. Die können ja nicht... Wartos. Was nimmst du sie? Walkers. Oder was nimmst du die, die laufen? Sie sind alle fucking Walkers, okay? Schau, ich bin einfach... Ich bin nicht verwendet, mit anderen Leuten zu sein. Nicht für ein paar Zeit. Normalerweise ist es nur ich, auf mein eigenes Leben. Entschuldigung, er hat er geacceptiert. Ich habe nicht entschuldigt. Ja, du warst am rumningeln. Ah. Klemmen. Mei, 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 mei. Ah ja. Sie ziehen nach Australien. Okay. Du musst mir erst noch die drei Fragen stellen. Clemm. Ach so. Entschuldigung. Falsches. Walking Dead. Universum. Wie alt ist Clemm so ungefähr überhaupt? Äh. 14? So 14? 14 könnte hinhauen, ja? Ich glaube, so ein richtiges Alter. Ich glaube, sie weiß das selber nicht. Ehrlich. Ich glaube, das ist auch nicht wichtig. Ich glaube, das ist auch nicht wichtig. Da. Geh zu der Garten. Aber weitergehen. Sie werden öffnen. Holy shit. Hey. Öffnen. Oh, ein Hipster rettet uns. Ich kann nicht die Garten öffnen, bis du sie auslösen kannst. Ich kann es nicht riskieren. Seit wann haben wir eine Schusswaffe? Okay, ich kann es. Ich bin ein guter Shooterino. Ich kann Dinge schießen. Bam, bam. Mit Outer Aim geht es richtig gut. Was ist das denn? Hier Platz, Patron. Jetzt komm halt. Quatsch. Hat er zwei Zahnränge? Da kommt einer auf dem Pferden, Link. Ach, du kennst es schon. Du kennst es schon. Du kennst es von einem sehr schlechten Mann. Ach so, Scheiße. Ich bin wirklich entschuldig, dass du das hörst. Das Heer hat in den Runden ziemlich schnell. Wir haben, dass es so schnell weg ist. Also, einfach auf die Hände hoch und stehe auf die Probleme. Du hast mich? Prescott? Kenne ich das? Kennt man das, das Name? Er ist Geralt! Für Geralt kneift er die Augen zu sehr zusammen. Holy shit, das sieht cool aus. War lustig, dass die sich kennen. Nicht wirklich. Ich weiß nur, was die Menschen ausmacht. Hey, Javi. Was ist los? Was ist los, Javi? Machst du dir Sorgen um deine Freundinnen und Kinder? Meine Familie... Sie sind noch draußen. Wenn ihr euch so lange gemacht habt, ich bin sicher, dass ihr wisst, was zu tun. Hoffentlich. Ja. Hey, es ist genau der Gedanke, den ich auch am Anfang vom Schrottplatz hatte. Die, 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 die haben es so lange geschafft, die werden es wohl langsam ein bisschen raus haben, den Dreh. Da kann man doch Leute mal einzeln loslassen. Für Geralt hat er zu wenig Witzes geknallt. Ich habe nicht in einem Ort so wie das, seit... ...ja, du weißt... Ja, der schläft! Es ist so wie die alten Tage. Lass mich, ich muss sich um etwas zu beachten. Häng dich. Warte, warte. Was soll ich machen? Alter, wie cool das ist! Ja, wir kommen quasi mit einer Person, die sowas wie unser Mentor ist, Clem, in, in, in... Das ist so ein Tatooine-Setting, irgendwie wie bei Star Wars. Du gehst mit diesem, mit diesem, ähm, Söldner in so eine Kneipe rein. Und er ist so voll, eigentlich so das kleine Kind, so, boah, was für ein krasser Ort! Hier sind Leute! Und es gibt Getränke und Musik! Und sie so, hey, ich komme gleich wieder. Ich habe da noch was Wichtiges zu erledigen. Das ist so... Ich mag dieses Setting mega! Ich finde das total geil! Ich weiß nicht, warum nicht du... ...eine Freunde machen? Hier, komm! Troll dich! Spiel mit den anderen, so. Ich bin, ich bin die wichtige Clem. Ich hab, ich hab hier Connections. Ich hab hier Deals am Laufen, so. Du bist der Noob! Komm, geh mit den anderen spielen! Das ist geil! Es sieht so aus, dass jemand in der Mitte eines Spiels ist. Ja, wow! Ich glaube nicht. Ich glaube, die Leute sind beim Spielen gestorben, vielleicht. Sehr wahrscheinlich sogar. Und was ist das? Out of Order! Zuschauer! Ah, der Strom geht noch! Baume freut sich, 113 Puls! Ja, ist schön! Clem ist Boss! Ich mag das! Ich find's toll, dass Clem Boss ist. Das heißt, wir haben in den ersten zwei Teilen alles richtig gemacht. Und ich bin mir nicht sicher, ob's schon mal die Spieldaten importiert hat, als ich das Spiel das erste Mal gestartet hab, oder ob das hier tatsächlich fehlt. Aber ich hätt gern... Ich hätt gern das gute Gewissen, dass Clem hier so handelt, wie sie es dank meiner Spielweise tut. Und... Und... Weiß nicht... Das ist ein Spiel. Ich glaub, Gabe hab's doch gespielt. Gut, aber ein Schachspiel kann man auch easy selber was, wie man hier sieht. Oh, mein Gott. Ich will erst mal gucken. Ich will erst mal gucken. Ich will nicht direkt mit euch reden. Was ist da hinten? Ist das ne Waffe? Wunderf ist loaded. Ja, äh... Es ist wurscht. Die Patronen hängen direkt daneben. Also... Wenn die gebraucht wird, wird die schon noch knallen. Keine Sorge. Was machen die hier? Hm. Das sind doch Rassisten. Das seh ich von hier. Das sind doch Rassisten. Das seh ich von hier. Ja, ich frag mich auch. Die Sommersprossen von ihm, die deuten ein bisschen an, dass er Morgan Freeman ist. Nur mit Glatze. Zieht's euch mal rein. Ich weiß nicht. Vielleicht. García. Javier García. Aber was es wert ist, ich glaube, dass du auf die Gäblin'e getötet hast. Ein Lief-time-ban. Shit. Du solltest eine 20-jährige Karriere haben. Die Art von mir sehen. Nothin' wronge mit bettin' auf dich selbst zu gewinnen. Und das hat ein Lief-time-ban? Honestlich? Ich denke gar nicht mehr über das zu denken. Das Vergangenheit ist das Vergangenheit. Hm. Sehr gut. Auf jeden Fall, ich bin Count Rad. Das hier ist Francine. Er riecht den Platz? Ich nehme nur seine Geld. Ja, naja. Vielleicht lasse ich dir einfach gewinnen. Oh, eigentlich. Wenn du der Gäblin' Typ bist, Gäblin' Poker. Fünf-Karten-Stud. Ich warte. Was denkst du? Should I call or should I fold? Hm. Don't get too intimidated. I lose more often than I care to you. Though all it takes is one good hand. Hm. Fold. Doesn't feel right. Hm. I got with your gut. Fold. Now that's a shame. Let's see how I could've gone. You folded that. Unbelievable. Der hat'n Drilling? Der hat'n Drilling. Woah. Thanks for the warning. No problem. Yeah, yeah, yeah. No, I mean it. That could've costed me. Now's a better drink. I might have. Sag ich doch. Zwei Pärchen sieht nett aus, ist aber nicht viel wert. Hold on. Barbeludap. Oh man, this smells like Turpentine. That's the weak stuff. Okay. Don't turn away from me. I'm talking to you. Oh shit. It was a point in talking. What I already told you. A deal is a deal. And it's done. What's going on? This guy ripped me off. I traded him a crate of perfectly good batteries. And he gave me a box of bullets that won't fire. He could've gotten both of us killed. Oh yeah. And who the fuck are you or bodyguard or something? Because I don't scare you easy. Alright. She doesn't need a bodyguard. She could take care of herself. Believe me. Well, you can't even prove those are the bullets I traded you. Oh, hey. Clem, come on. He knows the bullets don't work. Listen to him. He's not even nervous. I could have died because of his bullets. Unfucking believable. Look out. Das ist ... ein ... ... ein nettes Andenken. Hey. Listen. Let's all cool down. Lot, wie sind die Waffe noch auf ihn richtet. Ja, nein. Sorry, aber der hätte wirklich mich fast umgebracht. Ich nehme das persönlich. Alter, keiner hat es gesehen. Hey, wir haben sogar Zeit. Wir können uns Zeit lassen. Seit wann ist das denn da? Seit wann kann man sich sowas gründlich überlegen? Das ist unfair. Nee, ich will mich nicht entscheiden, wenn es keinen Zeitdruck gibt. Ich hole mir jetzt was zu trinken. Oh, dass ich das mal in einem Telltale-Spiel machen kann. Fünf Minuten Luft holen. Hätte ich nie gedacht. Okay, was spricht denn dafür? Hm. Was spricht denn dagegen? Wer spricht überhaupt? Keiner. Ich meine, warum... Was wäre denn der Nachteil, wenn wir lügen? Es hat niemand gesehen. Wir können machen, was wir wollen. Ich mag Clem, aber auch nur, weil ich sie erschaffen habe. Und der Typ war ein Arschloch. Ich finde nicht, dass es verdient hat, zu sterben. Ich finde aber auch nicht, dass es Clem verdient hat, wegen dem Arschloch jetzt in Schwierigkeiten zu kommen. Und ganz ehrlich, wer weiß, wie viele Leute der schon auf dem Gewissen hat, weil der den unsauberen Munition verkauft hat. Clem, guck mich nicht so an. Guck mich nicht so an, Clem. Guck mich nicht so... Guck die anderen an. Danke. Clem könnte eine Verbündete sein. Er hat no shit, wirst du. Ich meine, sie ist es ja gerade schon. Und wenn er wiederkommt, sind alle an Altersschwäche geschehen. Ja, 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 ja. Ach nee, da ist er schon wieder. Sie könnte dich abknallen. Nein. Ach, Quatsch. Komm. Wir machen B. Wir machen B. Es ist, wie Clem es gesagt hat. Der Motherfucker ist dead und wir spielen jetzt eine Runde Poker. Schau an meine Augen, Mann. Natürlich hat sie die Wahrheit gesagt. Der Mann hat sie weggebrochen, erreichte für seine Runde und würde mich schocken, wenn sie ihn nicht stoppt haben. Siehst du? Du bist jetzt glücklich? Ach, Gott sei Dank. Vor allem, es wirkt auch überhaupt nicht suspicious, wenn wir erst mal eine Viertelstunde lang dastehen und dann links und rechts gucken. Ja, natürlich wollte er uns umbringen, aber dann guckt euch mein Auge an. Baume, ich habe Klimaanlage. Pass auf, was du sagst. Oh, was ist so rot? Du bist so ein Arsch. I'm putting you two under lock and key until I figure out what to do with it. Oh, come on. Are you for real? As real as it gets. Now move it. As real as a kitchen? Was? Äh, nicht deine Bar. Da war ein Zimmer in deiner Bar und wir haben das Zimmer abgefuckt, aber nicht die Bar. Nur das Zimmer. Also das, also den Typen in dem Zimmer. Also eigentlich nur den Stuhl. Ja, ich würde mich auf die Bühne ausbauen, die beiden. Aber Eli war ein Grad A-Certified-Dip-Shit. Ich werde sogar jemanden kommen und schauen, dass das Kut. Hey. Danke für meine Brücke auf dem Hangar. Das war, ähm, das war cool von dir. Ich war nicht sicher da für einen Moment. Ja. Na, meine Familie braucht mich. Und ich brauche dich, also... Das war's, wie es sich umgehen sollte. Ja, richtig. Das macht Sinn. Ja. Ich denke, das ist genau das Richtige, was man auch zu Clem sagen sollte. Und nicht dieses, hey, yo, wir sind ein Team, yay! Lasst mal Freunde sein. Oh, Schwester. Schwester, es tut auch noch woanders... Äh, es ist wirklich nur ein Kratzer. Es sei denn, da war ein bisschen AIDS an der Klinge. Ich weiß ja nicht. Ah, schön ins Auge reiben, das Desinfektionsmittel. Äh, das... Äh, das... Ich weiß nicht, warum Trip locked you up for the night. People are saying she killed a man in cold blood. If you don't mind me asking, what did happen exactly? That they were arguing, and that she went crazy over nothing? That guy had it coming. Believe me. Karma, justice, you call whatever you want. Fuck that bastard. Hey, okay. If you say so. The best thing is probably for you to leave town. And get back to your group. We were attacked earlier this evening. There were four of us. Oh, shit. I'm sorry if there's... If there's anything I can do to help. Well, not that I have much to offer you, but I know a thing or two about losing family. If you really want to help me, let us out of this cage. Eleanor? You done yet? Just about. Oh, nicht vergessen, was der Typ gemacht hat. Er hat unscharfe Munition an Leute verkauft, die sie brauchen. Das ist genau so gut wie ein Todesurteil. Get you out of my hair, and no one can say I didn't do right by no one. In the meantime, you two can sleep right here, and think about what shitheads you were earlier. On my terms, and on my timeline. You got me? Nah, no way. I need to get back on the road ASAP. Javier, I am not negotiating here. Trepp, it doesn't seem right to wait. Javier's people, they can need a medic. Nah, no way. Not putting you in that kind of danger again. That's not your call. Ich spreche kein Taco-Ressuro, alter. Look, maybe there's another way. We've got a rear gate, down to the other end of the airfield. We don't use it much, but, well, we could leave tonight. Slip past the herd, get a jumpstart and reach you in that junkyard. Da steht Klemmer auf und wird hellhörig. Zu dritt bei der Herde ist echt keine gute Idee. Und ehrlich gesagt, will ich nicht mit ihr mitgehen und dann passiert ihr noch was und wir zwei überleben und dann kommt Trip und hängt uns beide an meinen Eiern auf. Nein, wir gehen entweder mit ihm oder gar nicht. So eine sneaky Aktion, nachdem wir jetzt schon so in die Scheiße gegriffen haben, finde ich nicht okay. Und am Ende muss sie dann dran glauben und, ähm, fuck it. Einfach fuck it. Außerdem, so betrachtet, ja, unsere Familie ist ja da gerade unter einem Haus versteckt. Ich weiß nicht, ob man das verstecken nennen kann, aber die sind bei Leuten. Die werden diesen Schrottplatz verteidigen oder beim Versuch sterben oder evakuieren. Und wenn, wenn die dann wegrennen, wenn die Herde kommt, dann können die letzten, die und unsere drei Leute in das Haus und sich da verbarrikadieren. Also die werden es schon irgendwie schaffen. Ich meine, das ist, wie viel das Jahr? Jahr sieben seit der Zombie-Apokalypse? Die, das, die werden doch irgendwie zurechtkommen. Sorry, wir haben halt echt tief ins Klo gegriffen. Das ist echt scheiße gelaufen, aber jetzt so eine Nacht und Nebelaktion zu bringen, ist glaube ich die dümmste Idee. Wie sie das gerade gesagt hat, I guess I made the right call. Ich stelle mir vor, wie bei Clementine gerade so ein Rad aufgepoppt ist mit A, B, X, Y, so erschieße ich den Typen, rede ich mit ihm, mache ich mich über ihn lustig, pisse ich ihn an. Wortwörtlich. Ich fände das so witzig, wenn ich in dieser Welt leben würde und nachts alle erstmal übelst zusammenschnarche, so im Freien. Ob die mich denn aus dem Knast rausholen und mir ein eigenes Zimmer geben? Oh, was jetzt? Oh, was jetzt? Das war aber gerade komisch. Warum ist das Schwarz-Weiß geworden und hat an sie rein gezoomt? Sind wir jetzt in ihrem Kopf drin? Träumt sie jetzt was? Leben wir jetzt in ihrer Traumwelt? Oh. Iiiiih, oh, Clem, du hast noch was auf dem Rücken, schnell, mach's weg, mach's weg, mach's weg, mach's weg. Oh Gott, es hat sich festgesaugt. Nein! Um Himmels Willen! Es saugt sie aus! Es tötet sie langsam! Dika! Ah, er spricht! Oh, AJ. Das ist Dinner. Bist du nicht? We're out of food, AJ. We're gonna starve. I'm starving. We gotta... Stimmt fucking hell, was ist aus AJ geworden? Also ich hab das Spiel ja so beendet, dass ich, glaub ich, ganz alleine war dann am Schluss. Ja. Oh mein Gott, ein Auto, mitten in der Pampa. Wie kommt das hier hin? Wurde es hier gebaut? Hat man's vergessen? Hat sich's verlaufen? AJ, bleib hier, während ich uns Dinner find, okay? Sag mir, du verstehst. Ah. Gott sieht sie streng aus. Bitte, wir brauchen das, AJ. Wir brauchen Essen. Du musst beendet, okay? Versteht ihr das? Versteht ihr das? Bitte ab'n Schal... Also nicht. Oh, Mama und Papa doppeltes Essen. AJ! Fuck it, wenn ist'n das passiert. Geht weg von ihm! Was sind das für Ninja Zombies, dass die's hier mal anschleichen? Die haben nicht mal schwarze Klamotten an, so funktioniert das nicht. Man, nicht so'n Krachklemmen. Was ist das denn? Oh mein Gott, Stein des Todes! Mach kaputt! Oh, wie Aua! Oh shit, ihr Arm! Ja, mach halt die Tür auf, gute Idee! Das war's mit der Klavierkarriere. Oh shit, Aua! Wie im Zocker da auch gleich die Hände wehtun. Lassen wir mal fünfe Grade sein, ne? heute nicht. Aua! Aua! Oh Gott, ihr fehlt der Finger? Um Himmels Willen! Was? Ihr fehlt der ganze Finger? Um Gottes Willen! Clem! Ja, wir sind nahe. Ich muss sagen, ich hoffe, dass eure Leute sicher und kalt sind. Eleanor fragte mich, bevor wir gehen, um zu erinnern, zu erinnern. Oh ja? Jesse, grüß dich! Hallöchen! Das ist was, was ich tun werde. Warum sie für dich ging, habe ich keine Ahnung. Ich meine, sie weiß gar nicht, sie weiß gar nicht, sie weiß gar nicht. Und du kennst nicht sie, für das Thema. Das macht einen Mann wunderschönen, weißt du? Es ist kein viel Mysterie, zu einer Reise. Sie ist ein guter Mensch. Mensch. Eleanor hat ein großes Herz. Das ist für die Wahrheit sicher. Leute, das ist das Ort. Oh, was ein Mist. Wie gesagt, das... Kate ist gut in einer Krise. Sie wüsste, wie zu Hilfe. Was ist das? Kate? Schokoriegel? Waffe? Wir nehmen den Hammer. Das ist ihrer, ne? Schokoriegel? Erstmal das Vieh checken. Genau. Ich bin doch kein Idiot und falle auf so eine offensichtliche Falle rein! Schreien ist nicht gut, Mann. Oh Gott. Du bist sicher. Ich kann mich nicht glauben. Du hast mir gesagt, wo zu schreien. Ich habe nur gehört, was du gesagt hast. Ich habe nur gehört. Ich habe nur gehört. Ich habe nur gehört. Ich habe nur gehört. Ich habe nur gehört, wie in der Lübe. Ich habe nicht mehr, wie lange ich da bin. Ich habe dann gehört, dass ich in der Zeit habe. Ich habe gehört, dass ich mich herauskriege. Du hast genau das, was du solltest. Du hast immer gesagt, dass du ein Kind bist. Du bist. Alter, wie bufft er aussieht. Fakt ist der Van, der wurde zerschossen. Der Krankenwagen. Fakt ist der Van, der wurde zerschossen. Fakt ist der Van, der wurde zerschossen. Fakt ist der Van, der wurde zerschossen. Javi, du hast uns gefunden. Hey, hey, es ist okay. Ich habe dich. Du bist glücklich, mich zu sehen? Du bist glücklich. Du bist glücklich. Du bist glücklich. Ich wollte dich nachher. Ich versuche, ich habe es geschafft. Du musst nicht auf meine Schirte über mich über das. Ich dachte, dass wir sterben. Wie, ich nie wieder sehen wir wieder sterben. Wir haben nur ein paar Böcke. Ich dachte, dass wir fertig sind. Du bist noch alive, nicht wahr? So ist Kate. So ist Mari. Das ist alles, was wichtig ist. Siehst du, was passiert? Siehst du, was passiert, wenn man nicht immer mit dem Auto weiterfährt? Kinder mit Gans. Kinder mit Gans. Kinder mit Gans. Mama, wieso? Was, wo gehst du hin? Danke geförstchen, aber wo gehst du hin? Was ist los? Oh mein Gott, Javi, haben sie kaltes Wasser? Selbst, wie Luke, kaltes Wasser wäre okay. Ah, und Bubbelbath. Würde nicht Bubbelbath fantastisch? Ich denke so. Genau, Tripp? Na, ich glaube, du wirst es herausfinden. Ich dachte, du wärst in diesem Ort. Ich habe. Ich habe nur... Ich habe nicht viel Zeit, um in meinem Jacuzzi zu relaxen. Du weißt? Zwischen dich und ich? Diese Art von Missions gehen meistens nicht so gut. Aber du hast alle von deinen Menschen gefunden. Und du hast ihn lebens. Gesundheit. Reasonably liebbar. Das ist ein helles Ding. Ich glaube, ich bin ein glücklicher Typ. Glücklicher als jemand, den ich jemals habe. Hm. Tja. Wenn Glück irgendwann selbstverständlich wird, dann nennt man das Geld. Wenn wir zurück in Prescott, du hattest mir noch eine Arbeitsfahrt. Ich habe nicht vergessen, über unseren Deal. Du hättest nicht wussten, was mit deinem Van passiert. Aber immer noch nicht. Ich brauche von hier raus. Der Van war der einzige Fahrt, in dem ich hatte eine Leidung. Vielleicht ist es Zeit, um es zu renegotiieren. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber cool. Danke. Oh shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Was ist das denn? Nein Oh, bist du Warum? Was stimmt denn nicht mit dir? Ja, du jetzt auch, oder was? Ist klar Ja Oh, Mann Ich geh da doch jetzt nicht hin Ich geb euch Deckung Ich geb euch Deckung Ach Gott Alter, sie Ihr wurdet ins Gesicht geschossen Willst du jetzt einen Arzt holen, oder was? Ich weiß, Javi Und es wird Zeit für all das Aber, aber nicht gerade jetzt Kate braucht einen Doktor Das bedeutet, dass wir gehen müssen Wir haben hier ein Fenster, Mann Wir müssen gehen, bevor sie wieder Wir müssen gehen, bevor sie wieder starten Ich werde sie fucking töten Ich werde sie alle Wir müssen gehen, wenn sie alle Sie wollen, oder? Sie wollen, oder? Sie denken, das wird helfen, die kleine Mädchen? Also, was? Ich sollte sie einfach leben lassen? Wenn Sie wollen, was ist gut für Ihre Familie Sie kommen mit mir Es ist Zeit, Mann Wir bleiben hier und wir haben das fertig gemacht. Bist du verrückt? Wir müssen hier rauskommen. Ich habe einen von euch already killed. Wenn wir nicht aufhören, werden sie wieder nach deinem Familie kommen. Lass Tripp helfen. Du bleiben mit mir. Was? Nein, Javi, du musst mit uns kommen. Javi, bitte. Trust me, Javi. Wir müssen das jetzt enden. Nein, Javi, bitte, mit uns kommen. Javi, bitte. Alter, ich hab... Die schaffen das schon. Es hilft denen auch nicht, wenn ich jetzt mitkomme. Am Ende schießen die noch auf das Auto, wenn keiner hier bleibt und denen Deckung gibt oder irgend so nen Scheiß. Oh, fucking hell! Nur das lief doch super! Erste Episode! GG Motherfucker! Wir sind in einer Granate gestorben. Schön! Game ist vorbei. Warum habe ich überhaupt so lange gewartet, bis die Fünfte rauskommt, wenn ich in der ersten schon sterbe? Ach, herrlich! Herrlich! Und wisst ihr, was das Beste ist? Dass ich gefühlt 400 Jahre gewartet habe, bis ich mit dem Spielen angefangen habe, weil nach der Episode kommt gleich die nächste! Ich muss nicht warten! Oh, holy shit! Wie geil war das! Schön, schön! Ich hatte kurz Angst, dass es kacke wird, weil ich hatte echt Angst. Ich hatte echt Angst. Michonne war viel zu kurz. Das war ein super geiles Ende für die erste Episode. Ich hatte echt Angst, dass mir der Teil nicht gefallen wird. Aber der ist spitze! Der ist klasse! Wo ist ne AK, wenn man sie braucht? Weißt du, wo Yuri ist? Ne, 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 ne. Das hat hier heute nichts zu suchen. So leid es mir tut. Aber das Spiel ist super! Das Spiel ist klasse! Hast du die Nacht auf dem Schrottplatz verbracht? Wie die meisten? Okay. Naja, was heißt die meisten? Es ist ein ziemliches 50-50. Finde ich eigentlich cool. Entscheidung teilen! Nein! Nein! Auch das ist 50-50! Hast du Rufus erschossen oder ihn gehen lassen? Wieso erschießen den Leute? Das verstehe ich nicht! Was ist los mit euch? Warum? Der hat doch keinem was getan! Man hat den nur 5 Minuten kennengelernt im Auto und der hat im Auto gesagt... Wenn es nach mir ginge, hätte ich dich erschossen. Gut, okay. Hat er aber nicht. Ist nicht passiert. Im Auto hat er uns dann ja auch nicht erschossen. Er hat uns einfach nur gefahren und gesagt, er will nicht mit uns reden. Ist das ein Grund, ihm ins Gesicht zu schießen? Ich glaube nicht. Ich hoffe, er kommt noch mal irgendwann wieder und sagt... Der Bro, Alter. Der hat mich laufen lassen. Das ist Karma. Aber die anderen Säcke da hinten, die sterben! Was geschah nach der Schießerei? Oh really? Oh really? 5% haben es geschafft, nicht eingesperrt zu werden mit Clem. Das waren bestimmt die 5%, die die Wahrheit erzählt haben und nicht für Clem eingestanden sind. Das waren die 5% Motherfucker, die sich gesagt haben, fick dich Clem, ich finde es nicht okay, dass du jemanden ins Gesicht schießt. So, ne? Das waren bestimmt die 5%, die einen auf Troll gemacht haben. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in der Situation sagt, die war's. Ich habe es genau gesehen. Und der Kratzer in meinem Gesicht, der war schon. Ein Rufus kann man nicht erschießen, Baume. Wo war Kuro? Ich wusste gar nicht, was der Rufus heißt. Wir sprengen die Idioten einfach in die Luft. Und zwar langsam und qualvoll. Das möchte ich gern sehen, Foxo. Das möchte ich gern sehen. Wer hat dich zum Schrottplatz gebracht? Oh! Auch Fifty-Fifty. Typ oder die andere, die ich nicht kenne. Das war also nicht wirklich ein Zeitding, ob man nachts oder tags fährt, sondern eher so mit wem man fährt. Wen pickt man sich als Zeitkick raus? Den bufften Trip? Oder die Medicfrau? Ausgegangen wäre es wahrscheinlich immer wie das Gleiche, hm? Wer weiß. Fifty-Fifty, interessant. Sehr verteilt dieses Mal. Gefällt mir. Bist du mit deiner Familie geflohen oder bei Clementine geblieben? Die meisten sind bei Clementine geblieben, ehrlich? Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die meisten reißen sich zusammen und fahren dann mit ihrer Familie mit. Das klang erstmal wie das Vernünftigste. Aber ich denke mir halt, warum? Welchen Vorteil haben die jetzt davon? Weil dann haben sie nur noch das Auto, worauf sie schießen können. Auf die Weise geben wir ihnen wenigstens Deckung. Wir können natürlich auch unseren Rache-Impuls ausleben. Und Clem hat auch irgendwo recht. Ich meine, die werden nicht lockerlassen. Die wollen Blut sehen. Erst recht, nachdem wir einen von denen erschossen haben. Ich meine, die haben da einen Hinterhalt aufgestellt. Und ihr eigenes verlassenes Camp bekämmt. Und gewartet, bis wir zurückkommen. Die haben uns schon aufgelauert. Und die würden damit weitermachen. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Sehr durchwachsend. Also bei den Entscheidungen, die Mainstream sind. Bin ich absolut Mainstream? Okay. Hm. Aber trotzdem, gut gebalanced alles in allem. Na, alles klar. Kriegen wir einen Teaser? Kriegen wir einen Teaser? Kriegen wir einen Teaser? Kriegen wir einen Teaser? Nein. Nein. Wer hätte Skybound Insider? Pfff. Nein. Nein. Ich will wissen, was in der nächsten Episode kommt. Wissen wir nicht. Scheiße. Es gab auch kein Intro, ne? Es ist einfach direkt losgegangen. Das ist relativ neu. Das heißt, relativ. Das ist neu. Das ist neu. Das gab es so vorher nicht. Oh, voll der Spoiler, Alter. Man trifft Jesus. Fuck. Okay. Dann war das also doch kein Spoiler, dass ich das schon mal bei Jacko gesehen habe. Dann mache ich jetzt hier einen Cut. Ich hoffe, ich klicke nicht aus. Ich gehe mal wieder zurück ins Hauptmenü. Ich habe ein bisschen Angst hier aus Versehen, irgendwelche Buttons zu pushen. Dann mache ich hier einen Cut für die YouTuber. Diese Episode ist vorbei. Die nächste kommt direkt on the fly. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin der Baumann. Auf Wiederschauen. Und Reingehauen. Tschür. Tschür. Hallo? Ich habe gesagt Aufnahmestopp. Was ist da los?